Oh, ist das Spiel etwa für den Nintendo DS? Nein, Mama, das ist für den Nintendo 3 DS. Was ist da unterschiedlich? Oh, nur den 3 dazu machen. Hallo, ich bin Schnitti. Freut ihr euch, mich zu sehen oder sind das eure Handys, die ihr noch nicht aus der Tasche genommen habt? Oh, ich spiele mit dem Gameboy. Alter, Junge. Junge. Dieser Satz gerade. Ja. Der war gut. Der war schon lustig. Oh Gott. Komm, meine Antworten waren richtig gut. A YouTube-Prank. Okay, sucht euch jetzt am Rösten. Was? Ich bin Angel. Beide Seite. Höhchen-Prank. Polizei gerufen. Huiuiui. Junge, weißt du, meins war noch eine Anspielung an Max und Moritz, aber ihr seid zu unkultiviert, um das zu chatten. Ich hab doch schon Max und ich musste an Gameprank denken. Der Name eines Dessou-Ladens für Bären. Höhchen-Angeln. Oh Gott, ja. Und abfüllen. Ich weiß, dass es von Danny ist. Also ich fette es trotzdem neben. Oh, wützig. Ich verstehe den Witz, er hat gehetzt. Höhchen-Angeln. Und weiter. Ich hab keine Ahnung, mit mir da nichts ein. LOL, The Shining. Das ist vor Film. Das ist beides stark. Das ist beides stark. Ja! Damit kann ich leben. 50-50 ist immer gut. Hier ist die Pizza. Tadam, Essen ist da. Burger-Brater in der großen Grabe. Indische Technik-Kunderschützung. Das sind beides stark. Hallo, hallo. Oh, oh, oh. Sorry. Aber. Wir können hin, dort. Tut mir leid. Ich war schon gerne ein Burger-Brater in der großen Grabe. Ja, ich habe. Ja, ich habe. Ja, ich habe. Das war. Das ist ja gewiss. Das ist ja gewiss. Ich bin mit Thomas Kertz. Was Bert auf dem Sterbebett zu Ernie sagt. Oh nein! Ja, no homo. Nein, das ist falsch rum. Das ist falsch rum. No homo. Ich hatte das von Danny genommen, aber Danny hat es falsch rum verstanden. Ja, klar. Ja, ich habe es falsch rum verstanden, aber gut grob, das ist einfach perfekt. Ich habe, ich habe... Das ist gar nicht. Warte mal, Mützi. Mützi, Max, ich habe euch erst heute Artikel gelesen. Schickt, in denen Ernie und Bert schwul sind. Das war ja die Anspielung. Das war die Anspielung, das war die Anspielung. Ja. Sind die wirklich schwul? Und ihr habt nicht geantwortet, ihr Minis. Ja, die sind wirklich schwul. Alles noch wie cool. Deshalb ist es da so lustig. No homo. Und jetzt Runde 2, wo alle Punkte und Boni verdoppelt. Natürlich haben wir Geschlechtsteile. Ich wollte da nicht draufklicken, weil das nicht startet. Ja, die Runde war so mies. Das Spiel läuft bei mir so langsam, weil ich GTA Online offen habe. Dann mach es zu. Ja, aber es dauert ewig, bis es wieder angeht. Okay, wählt euren Favorit. Och man, ey, das ist so unfair. Immer wenn ich denke, ich habe was Gutes, ist mein Gegner viel, viel weiter voraus. Ich hätte jetzt irgendwas mit Kostel Kabel gewaft. Och man, ey, der hier ist so unfair, du bist zu stark. Ja, Mann. Ich hätte jetzt ihm geschrieben, hey, denk an den Kabenburger. Hä, wieso? Ich bin da 3 Uhr morgens. Das Schlimmste, was dir nach dem Aufwachen auf dem Bauch sitzen kann. Gargura. Gute Katze. Der ist zu gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe aus Mitleid einen reingepackt bei Katze. Oh Gott. Danke. Oh Gott. Okay, der nächste bitte. Eine Funktion im Auto, die nur Franzosen erfinden könnten. Baguette, Ofen, Antrieb. Bargut. Wenig. Was? Nee, Weinglas, Alter. Also ich muss das Bargut nennen. Bargut. Falsch geschrieben. Bargut. Ich wusste nicht, wie es geschrieben wird. Ich finde es irgendwie lustiger, wo es falsch geschrieben wird. Bargut. 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 Ja, Entschuldigung, dass ich kein Franzose bin. Ich erworben soll. Ja, danke. Perfekt. Danke, Bützi, für den Vote. Danke, Bützi, für den Vote. Bitteschön. Danke, andere Leute, für die Euro. Ich habe einfach irgendwas gevotet. Sorry, aber du hast meinen Vote. Sorry, aber du hast meinen Vote. Das ist Kieler Gaming. Ich nehme mir gerade Entschi-Chan vor. Kieler Gaming. Einfach einfach weg bei mir. Komm, 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 einfach. Nichts Letzter. Nichts Letzter. Vor Mike. Grunde 3. Grunde 3. Komm, Komik, ich will Komik wieder. Ich überlege dir einen vollen Namen für dieses Akronym. R.O.K. Ja, ich habe verloren. Was soll ich sagen? So lange ich nicht Letzter werde. Ich habe das Perfekte einfach. Wenn ihr das nicht checkt, dann einfach los. Dann einfach verloren. Ja. Dann einfach Game Over. Wer fehlt denn jetzt noch? Ich finde noch. Die süße kleine Mütziker. Die Ovo-Chan-Mütziker. Okay, los geht's. Wenn ihr das nicht versteht. Gesicht, Oberknorkel, Krankenkasse extra. Ja, der hat das selber. Reiners originale Körnchen. Ach, Junge. Robotic Operation Killer. Ron ohne Knie. Roboter Opa Konzert. Robot Operation Killer. Nein, keine Ahnung, wo das ist. Ich kenne das nicht. Rob. Rob. Robotic Operation Buddy. Aber mit einem als Killer. Ah, oh lol. Okay, wenn ich mir das nicht gesagt hätte, dann hätte ich das nicht gemodiert. Ähm. Wie immer. Eins so gut und dann kam Danny. Hattest du das gleiche? Ja, ich bin das sehr gut. Dann kam Danny und meinte, nö, ich mach das auch. Ich hab beide von euch gewählt. Ach, laberst du? Ich hab das vor dir gewusst. Das ist, äh, danke schön. Hier kommt das Säure. Danke schön. Danke. Fuck. Wenigstens ja traut. Ich will nicht letzter sein. Okay. Okay. Oh Gott. Ja, okay, ich bin letzter. Ob er eins gewonnen hat. Roboter Opa Konzert. Opa Konzert. Okay. Wie hast du das gemacht? Ich fand alle langweilig. Das Spiel ist aus. Werfen wir einen Blick auf die endgültige Punktetafel. Ja, komm letzter. Ja. Nicht letzter. Ja. Was? Ich bin der Mike. Ja. Burger-Water in der Krossenkrabbe. No homo. Das war ich zweimal erst da. Na ja. Ciao. 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 Okay. Dann bereit? Jo. Let's go. Das Spiel fließt nämlich in eure Schofa-Bewertung ein. Das ist eine Schofa-Bewertung. Ich weiß es nicht, hab ich schon zufrieden. Das ist irgendwas jetzt Schule. Schofa-Geschäft-Verkäufer. Die eines Spielers. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja. Zeit für die große Entschuldigung. Ich musste nachdenken. Unser erster Prompt ist. Woher unsinnigste ehrenamtliche Tätigkeit wäre. Ehre. Okay, wählt euren Favoriten. Meine Entscheidung ist eindeutig. Oh mein Gott, Pam Daniel. Pam Daniel, du bist in meinem YouTube-Video dabei. Pam was? Also nö. Hallo, willkommen zu diesem Video. Bitte liken und abonnieren. Und jetzt. Bitte hören. Und. Was? Sau knapp. Eis. Pam Drüsen. Eis. Ey, das ist beides stark. Du bist nicht stark. Ich bin beides stark. Oh, danke. Ich musste mich entscheiden. Ich fand das Absurdere besser. Der seltsame Spruch, den Jesus jedes Mal sagte, bevor er ein Wunder vollbrachte. Zeit abzustimmen. Ey, das ist beides stark. Komm schon, aber eins war lustiger. Hab ich recht. Leute! Amo goes funny! Oh, Mann. Amo goes funny. Amo goes funny. Es kommt. Ein Straßenschild, bei dem du sofort Kehrt machen würdest. Vorsicht! Stimmt drauf los! Das ist... Das andere ist viel besser. Das andere ist viel besser. True, Max. Cripplash! Und alle Punkte und Boni verdoppelt werden. Wie spannend! Wow! Fuck! Wie mein... Ähm, das ist was. Okay, okay. Ein schrecklicher Name für eine Katzenfuttermarke. Okay, wählt jetzt alle euren Favoriten. Da steht ihr bei... Kannibalismus. Haha! Haha! Sie schmeißen. Stelle deinen Duschkopf mit Massagefunktion niemals auf. Was? Was? Oh, du bist ja fertig. Stimmen! Du bist echt gut. Extrem gut. Ist richtig übertrieben. Danke. Ja, mir ist auch nichts eingefallen. Oh. Bäm! Oh, oh, oh. Wow! Nein, 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 nein. Komm, lass mich erster sein. Ich war so... Du, 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 du. Jaaa! Iggy! Nicht Sechster. Es gibt keinen Sechster. Überleg deinen vollen Namen für dieses Akronym. P-P-P. Ich hab so ein Sch*** geschrieben. Bei Akronym hast du auch... Portable Fingerspringues, Petra Mark Petersp... Pinker Puppel Music, P-Pineapple Penp... Perfektioniert Pinker P. HH plus XD Ich finde... Ein hab ich einfach nur als erstes gewinnt wegen Kreativität. Die Spannung macht mich ganz fertig. Wer hat denn nun die Medaillen erhalten? Bronze? Hier kommt das Silber! Ui! Komm schon! Alter, ob ich so unlustig war! Doch, Mann! Ich war am unlustigsten. Ich bleib wahrscheinlich Platz 2, aber ich kann damit leben. Warte, was, ich hab mehr Punkte? Oh! Oh, was? 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 Pen by Apple Pen! Zucker! Zucker! Was einfach die meisten bekommen wir jetzt einfach am kreativsten war. Alle haben irgendwas in den Spiel genommen. Ich wusste halt so ein PPAP-Ding direkt. Jaaa! Nur einer von euch kann gewinnen. Aber ihr alle verdient meinen Respekt. Naja, die meisten von euch. Boah! Boah! Ich meine das auf jeden Fall nicht. Ich hab... Mir fällt da überhaupt nichts ein. Ich glaube die, äh... Ich glaube die haben Lüftverlöge nicht genommen, weil die genau wissen, dass sie Lüftverlöge haben. Ein deutlicher Gewinner. Ein deutlicher Gewinner. Jaaa! Jaaa! Das Problem, wenn du in den Film schauen, ist einfach schon ein Real. Das ist... Oh, hi Chris! Hi Chris! Chris! Hi Chris! Der nächste! Der seltsamste Spezialparkplatz wäre einer für... Hahahaha! Das ist gemein! Das ist richtig gemein! Das ist richtig gemein! Ah! Ey! Ich hab verloren! Das ist richtig gemein! Wie? Weiß ich nicht! Schwierig! Alles ist doppelt so viel wert! Doppelt so viel! Doppelt so viel! Doppelt so viel! Oh mein Gott! Das ist doch für zu viel wert! I lost the fuck! Ey! Im Magazin! ich bin der Jährige! Aaaaaaaah! Ich weiß halt immer automatisch was von Max ist so, das find ich geil! Jaaa! Jaaa! Alter! ja das beste schreibt diesen comic zu ende was ist ihre coolste superkraft ja ich hab verloren ich hab mich auf jeden fall verloren wir fertig sein wir fertig sein und zu spät ihr habt max auf nichts mehr eingesendet habe ich noch eingesendet ja natürlich die einzige runde die ich mal gewonnen wahrscheinlich genau da wohl weil ich genau in dem moment drauf geklickt habe auch junge von die eine runde die ich mal gewonnen hätte sagen einfach mit sie hätte gewonnen gut gemacht mit sie und ich wünsche das ist beides stark das ist beides stark es kann nur das eine sein kommt schon meins 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 war das ne F***** das war ich zu mir verrückt mit fettig sein ich mach Notfall ich mach Notfall mit fettig sein das ist Mike am letzten also Mike ich sag's mal so in johnny's stream hat jemand gut durch Notfalllatches jetzt geht ein T-Shirt stehen zwei und wenn Kinder aus Indien wenn Kinder aus Indien Beides stark das kann nur das eine sein danke das war das etwas das nicht meine ich war einfach das ist so random ja ich hab einen Punkt ja ich hab Punkte ich hab mir nicht mal was eingetippt auf den Punkt ne ich bin wahrscheinlich letzter so ich mich kenne NICHT 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 in your face Mike wie riecht so der ganze Einschweiß den ich jetzt habe den ich vorhoch steig aaaah riecht nach nicht letzter sein was passiert dann? jaaah der ist super ja vollständig den Koppel der Regen schmeckt komisch und hier sind wir wieder dabei dass ich immer als erstes fertig bin also gut seid die Blöds ich bin mal gespannt Gamer-Gol-Piedel Edition Deluxe Maxi das ist die Biene die Würstgef- ist ja eigentlich die Würste von Gott ach Gott muss halt auch mal pinkeln also zwar das gleiche hm frisch aus Fukushima oh Mike schön dass du dir eigentlich genauso gedacht hast zeig mir das Silber ey Tomate hat kurz auf mein Blatt rüber geschaut und einfach abgeschrieben in der letzten Sekunde dann schau wir mal aber trotzdem bringe ich die Bunte oha als ob niemand Gamer-Gol-Pied trinkt doch ich habe es genommen also fucking nein ich war dass es ist ja aber kein Gold oh ja IG that's right fassbar das war's kommen wir zum Endstand kommen wir zum Endstand und ich bin nicht letzter ich auch nicht JA ich hab'n Sch**t geschrieben ich hab'n Sch**t geschrieben ich hab'n Sch**t Max the same und ich bereue es nicht ich hab'n Sch**t geschrieben ich hab'n Sch**t geschrieben mit kein Sch**t Nein benutzt eine Notfall-Bit wenn euch nicht hype ich hab'n Sch**t geschrieben ich hab'n Sch**t geschrieben ich hab'n Sch**t geschrieben fuck, ja, nö diese Warnung sollte auf jeden Ikea-Foton stehen Maximal Zulatung 5,40 Euro ein Max sorry Warnung könnte Chinesischen Nudeln enthalten Ich musste Photon googeln, da hab ich keine Art an Chinesen gedacht. Also wir teilen anscheinend diese... Danke Tomate zu. Ich hab beide gefunden. Schlimmste Höhe aller Zeiten. Ein guter Bulle, ein böse Bulle und ein... Amokas. Ein guter Böse Bulle und... Böse guter Bulle und... Oh nein! Oh nein! Ich muss an Madagaskar denken. So, dann Madagaskar anspiel doch. Achso! Oh Mann! Sofort und gegenseitig. Ja, ich versteh's schon. Komm schon, komm schon! Michael! Du bist ein Traitor! Du bist ein Imposter! So haben deutsche E-League-Schule-Bakie vor das Handtücher erfunden wurden. Extra Pack! Extra Pack! Extra Pack! Wie genau ist denn da... Traumschieß? Was? Ich glaub so ein Tropfisch... Also... Also sorry, aber... Ja! Ja! Das ist eine ganz schlechte Idee für einen Duftbaum. Oh nein! Oh nein! Ja, oh Gott! Springtank! Ja, immer gefahren! Das Problem ist! Das Problem ist! Ich glaub die meisten würden das... Das letzte würden sich Leute kaufen! Ich glaub eines der beiden würde vielen sogar gefallen! Ja, das ist das Trauge! Jaaaa! Jaaaa! Da muss ich auch denken! Ja, jaaaa! Ja, jaaaa! Ja, jaaa! Ja, Max, ist das wahrzunehmen, das ist gut zu sein! So heißt eine Limonade für die Musikkorn! Monster! Jaaa! 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 Ach, oh leih! Sch! Dieses Akronym ausgeschrieben steht! Wie dieses Akronym? HFF! Ich bin immer noch Erster! Nein, du was... Oh Mann, ich war jetzt wahrscheinlich letzter! Schatz Leute! Werfen wir einen letzten Blick auf die Punktetafel! Digi, du kommst doch nicht raus! Ha! Ha! Aua! Jaaa! Gut gemacht ist!